Heute gibt es ein bisschen Erfolg, viel Erfolg und sehr viel Erfolg. Welche Prominente wirklich grundzufrieden haben und bei welchen Optimierungsbedarf bestanden, erfahren Sie heute. Guten Abend. Wir fangen gerade mit dem grossen Erfolg an. Gestern in Los Angeles wurden die bedeutendsten Fernsehpreise verliehen, die Emmys. Und Serienjunkies unter Ihnen werden sich nicht wundern, eine hat diese Preise gesammelt wie ich, frische Himbeeren im Hochsommer. Eindeutig mehr als zufrieden ist zurzeit auch Stefan Büsso. Im Radiomoderator läuft es wie geschmiert. Über 80'000 Fans hat er mittlerweile auf Facebook, 34'000 Follower auf Instagram. Und seit heute ist er auch noch die neue Mittagsstimme auf SRF 3. Eine absolute Kult-Sportart ist Steinstossen. Die mehrere hundert Jahre alte Tradition hat aber nicht jeder Schweizer im Blut, wie wir am Wochenende bei den Schweizer Meisterschaften gemerkt haben. Dort haben sich auch ein paar Prominente im Steinstossen versucht, mehr oder weniger erfolgreich. Tja, einmal Sportler, immer Sportler. Nils Althaus wirft nicht mit Steinen um sich, dafür mit Wörtern. Und diese sind messerscharf. In seinem neuen Soloprogramm ist der Kabarettist wieder sehr moral-philosophisch unterwegs, gemischt mit pointierten Gesangseinlagen. Fast einen kleinen Aussetzer hat dafür die Starschriftstellerin Donna Leon bei mir in der Limo gehabt. Also mit Steinen sind wir dann Gott sei Dank nicht beworfen worden, aber Donna Leon hat mir in einem äusserst interessanten Gespräch verraten, wieso sie keinen Mann braucht, manchmal das Leben vergisst und eigentlich gar nicht in unsere Limousine einsteigen wollte. Bis morgen, ich freue mich auf Sie. Bis morgen, ich freue mich auf Sie.